ja hallo liebe freunde meines kanals und willkommen hier zurück zu baphomys fluch ja wir sind jetzt hier immer noch in der seilbahnstation und sollen uns jetzt hier um die dieses wundervolle luken konstrukt hier kümmern und ihr habt in die kommentare geschrieben dass garn und büroklammer bestimmt keine schlechte idee für die überbrückung wären das konnte ich vergessen aber jord sieht das noch ein bisschen anders vielleicht müssen wir die erst noch aufklammern eine büroklammer aus dem büro von vera okay das funktioniert nicht das klappt ja das klappt nicht okay vielleicht die büroklammer mit der luke ein kabel wäre eine tolle hilfe um die kontakte zu überbrücken ich musste mir das genauer ansehen ein kabel der kabel haben wir hier viele mechanik ich musste darauf achten nichts anzufassen was stromschläge austeilte ich musste die beiden kontakte überbrücken um das steuerpult kurz zu schließen ich musste darauf achten nichts anzufassen david hannah shanks electric das steuerpult sah komplex aus und gefährlich im endeffekt ich musste darauf ja im endeffekt müssen wir eben gucken dass wir jetzt hier mit der büroklammer ließen sich die beiden kontakte überbrücken aber ich wollte sie da nicht einfach reinwerfen das konnte daneben gehen deswegen ja die idee mit dem bindfaden das passte nicht zusammen aber das sieht er eben anders was haben wir denn sonst noch verwertbares ein telefon wir können uns ja mal draußen noch mal umgucken vielleicht finden wir da ja irgendetwas nützliches die marmelade vielleicht die brotdose noch mal die dose war bis zur unkenntlichkeit zerquetscht die marmelade vielleicht mit der büroklammer naja ich hatte schon merkwürdigere sachen getan in meinem leben die büroklammer war jetzt ganz klebrig ok eine klebrige büroklammer das klappte nicht aber nicht mit dem garn aber wir hatten ja letztes mal schon festgestellt dass es sich oftmals lohnt auch sich mal umzugucken alle verfügbaren möglichkeiten erst mal abzuklappern nichts interessantes drin ich glaube rausgehen kann er jetzt so lange lange außerdem war ich über also zumindest hier draußen kann uns erstmal nichts weiterhelfen aber immerhin ist ja jetzt schon mal die büroklammer klebrig ok dann kommt noch mal in die luke rein das war die einzige stelle wo ich gefahrlos anpacken konnte überall sonst würde ich mir mit sicherheit einen mörderischen stromschlag einhandeln ich konnte nur den bereich mit der büroklammer aber ich wollte ja das problem ist jetzt eben wie machen wir das streichholz mit kackernage ich klebte die büroklammer auf trevas rücken jetzt könnte sie sich glatt als sekretärin bewerben ok das ist jetzt eine sehr strange art dieses rätsel zu lösen aber hey trevor könnte mir helfen aber ich konnte sie ja schlecht einfach da reinwerfen ich setzte sie auf die kante wo es sicher war dann jetzt vielleicht mit dem garen das hätte nicht von vielleicht mit dem funkgerät das würde ah ich werfe einfach ein stück käse dahin äh ein stück keks dahin los trevor los die arme trevor sah aus als brauche sie eine therapie aber das steuerpult funktionierte wieder die arme kleine kakerlake das steuerpult es funktioniert toll ich kann sie da runterschicken wenn sie wollen lassen sie mich nur kurz die kabine hochholen pearl und wayne werden sehr erleichtert sein oh die sind wohl mit der anderen kabine runter gefahren komm nico wir haben keine zeit zu verlieren als wir uns dem gesicht im fels näherten wusste ich wir waren auf der richtigen spur das war eindeutig dasselbe gesicht wie auf dem gemälde mit einem einzigen unterschied an der felsformation fehlte das symbol der tabula so da wären wir aber wie kommen wir zu dem gesicht der wird dort bestimmt durch die kapelle führen weil anders kann ich mir das jetzt auch gar nicht vorstellen außer wir üben uns in bergsteiger skills da ist auch noch eine tür und hier ist ein ganz weiter weg nach unten ah diesmal steuern wir jetzt nico es ging ganz schön tief runter an der tür hing ein hoch sicherheits bügelschloss da kam ich auf gar keinen fall durch george sieht aus als hätte man die kapelle direkt in den fels gebaut du hast recht lass uns mal reinschauen ich überlege gerade was meinst du wie alt ist die kapelle ich schätze das äußere ist ein paar jahrhunderte alt aber das innere wer weiß manche teile könnten viel älter sein glaubst du diese kapelle könnte etwas mit dem felsen gesicht zu tun haben ich würde mal raten ja ich würde mal raten ja was zu hey sieh mal da sind pearl und dwayne komm schon muckel ist doch nicht so schlimm du verstehst das einfach nicht der ganze tag ist ein desaster aber das kloster war zu die gondel blieb stecken und jetzt ist das hier eine baustelle schnurzelchen das sollte der spirituelle höhepunkt unserer reise sein dwayne eine spirituelle erfahrung der einzige spiritus hier ist das olle terpentin da ach mann der urlaub der hendersons lief offensichtlich gar nicht gut so darf ich jetzt wieder alles klappt ok unsere aufgabe ist es ja immer noch einen weg zu finden und ja da kommen wir wohl nicht drum herum uns jetzt hier erstmal alles anzugucken zum beispiel diese geheimnisvolle felswand die wand bestand hier aus blankem fels es sah aus als habe man die kapelle in den fels getrieben es war die steinskulptur eine kniende figur das war ein alter kurbelgriff ich glaube wir kommen auch nicht drum herum uns noch mal mit den hendersons zu unterhalten von der decke hing ein alter lüster eine statue der madonna mit kind wachte über die kapelle man hatte einen modernen gipsaltar an die wand gebaut ein leerer kaffeefleckiger becher stand beim altar das war ein leerer holzspäne hier musste wirklich dringend mal eine putzfrau durch das riecht exotisch das gerüst war etwas wackelig alles schepperte ein überraschend wohl klingendes geräusch es gab ein dumpfes geräusch als ich mit dem knöchel daran klopfte es gab ein dumpfes geräusch gut dann quatschen wir mal mit den beiden schön sie wieder zu sehen mr henderson auch schön sie zu sehen george haben sie prima gemacht das mit der seilbahn was ist mit perl ich wünschte fürchte es ist einer von den tagen an denen alles schief geht wem sagen sie das was haben sie getrieben seit unserem treffen in caramonte naja da war die kleine episode in rom aber kein wort darüber sie wissen warum george ach ja ich meine ach ja warum streng geheim nichts für außenstehende nico duane ist ein döser ach du meinst ein schläfer nein nein süße ein döser liegt mindestens zwei gehaltsstufen über einem schläfer habe ich gehört wie auch immer ich glaube wir hatten noch nicht das vergnügen miss ähm nicole colar nennen sie mich nico wie finde ich denn das das ist also die schöne nico kein wunder dass sie sie von mir versteckt haben georgie boy meine güte nein ich nett sie endlich kennen zu lernen mr henderson george hat mir so viel von ihnen erzählt nennen sie mich duane meine liebe und ich darf ihnen versichern alles was sie gehört haben ist vermutlich wahr duane war laut beleibt und kurzsichtig aber mann was für ein charmeur ja man muss mit dazu sagen an alle die bar von mes fluch noch nicht so kennen dass die händersons wirklich in jedem teil vorkommen eben immer als die nervigen ami touristen die george bei seinem abend bei seinen abenteuern helfen und ja echt nico haben sie noch gar nicht kennengelernt bei nico war da immer nie dabei gewesen ich glaube sogar im fanspiel bar von mes fluch 1.5 oder 2.5 ich glaube 2.5 war das äh da machen die auch mit finde ich richtig geil also sind eigentlich zwei charaktere die tauchen echt in jedem spiel auf also in jedem bar von mes fluch spiel können wir für pearl irgendwas tun das will ich doch sehr hoffen george wir haben diese reise jahrelang geplant und recherchiert unsere kleine pilgerfahrt und die kapelle santa cova hier war das sahnehäubchen es gibt nichts was sie über diesen ort nicht weiß die madonna bla 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 erbaut im jahr bla 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 sie ist wie eine wandelnde enzyklopädie der santa cova oder jetzt eher eine weinende enzyklopädie und was führt sie zur santa cova das war von anfang an pearls idee schön dass die zahlen dabei immer hoch gehen 1 1 2 3 seit diesem unseligen autounfall zu hause durchforstet sie diese pilgerprospekte voller wunder und lebensverändernder symbolik sollte es sein sühne potenzial musste es haben sollte eine echte spirituelle erfahrung sein nun ich bin sicher dass hier wird sehr spirituell wenn es fertig ist der heuler 2 ich glaube das sind diese heuler take sie damit auch gekennzeichnet wenn die kapelle nicht ihren vorstellungen entspricht wie wärs mit dem kloster grundgütiger das ist was für touristen nicht für pilger sie sagten sie hoffe auf eine spirituelle erfahrung das hatte der prospekt versprochen weilfahrten kleine mönchenlein gesang lichtstrahlen das ganze programm halt weihrauch glockengeläut und himmlisches licht genau das ist es was die gute wollte jetzt reiß dich doch mal zusammen perl braucht mich na na liebes perl wüsste sicher eine menge über die kapelle zu erzählen wenn wir sie nur aufheitern könnten ja also ich denke dann wird jetzt unsere nächste aufgabe werden perl aufzuheitern und ihr könnt ja wie immer in die kommentare schreiben wie ihr das machen würdet vielleicht hättet ihr eine oder habt ihr ja eine tolle idee parat schreibt sie einfach in die kommentare entweder auf gronk.de oder auf youtube ich mache es mal bei sim für heute und wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dahin gehabt euch wohl bb euer hyuga